Alles beginnt mit einer Idee. Vielleicht deiner Idee. Und aus eben dieser Idee erschaffen wir dann ein Konzept. Von vornherein berücksichtigen wir in der Konzeption nicht nur, wie wir ein gutes Produkt erstellen können, sondern erarbeiten als Wuppertaler Full-Service-Contentagentur und Filmproduktion auch mit dir, welchen Zweck der Content erfüllen soll. Von der Idee und Zielsetzung über die Konzeption, die Produktion und die Verwertung denken wir jeden einzelnen Schritt mit. Dabei denken wir alle essentiellen Bereiche hausintern ab, sogar Musikproduktion und Sounddesign oder auch Off-Text-Recordings in unsere zwei Tonstudios. Die sind übrigens auch unabhängig von unseren Produktionen mietbar. Mit unserem Content-Studio können wir flexibel und schnell große Mengen Content produzieren. Von Produktshots über Talking Heads und Interviews, von Musikvideos bis zu Portraitaufnahmen sind wir in kürzester Zeit ready to go. Den Content können wir Ihnen in verschiedensten Formaten anliefern, sodass er vielseitig einsetzbar wird. Egal ob für Social Media, Printprodukte, Fachmessen oder Kinoleinwände. Und für alle Bereiche, die wir nicht hausintern abdecken, wie Webdesign oder Social Media Ads, haben wir ein deutschlandweites Netzwerk aus kompetenten PartnerInnen, mit denen wir eng zusammenarbeiten. Mit über fünf Jahren Erfahrung als Content Agentur und Filmproduktion und unserem jungen dynamischen Team sind wir immer am Zahn der Zeit und wissen genau, wie wir BewegtBit effizient nutzen können, um für all unsere Kundinnen den bestmöglichen Effekt zu erzielen. Haben wir dein Interesse geweckt? Dann schreib uns doch einfach eine unverbindliche Mail mit deiner Projektanfrage. Jana Koffe Untertitelung des ZDF, 2020